So, da sind wir wieder. Hello, hello. Ich habe es ja gestern angesprochen, dass ich euch heute mal ein ganz kurzes Video aufnehme zum Thema, dass wir diesen Monat unsere Ziele erreicht haben und was da jetzt passiert. Denn die Entscheidung, die ich da jetzt getroffen habe, die hat sich auch irgendwie ein bisschen geil angefühlt. Wir haben heute Morgen ein Teammeeting gehabt und meine Anweisung am Ende des Teammeetings war, dass ich die nächsten sechs Tage keine To-Dos mehr sehen will. Das liegt daran, wir haben immer Monatsziele und ich bin so ein Typ, ich wollte schon immer mal durchführen, wenn man seine Monatsziele erreicht hat, dass man dann sagt, okay, mehr müssen wir nicht machen und dass man es dann auch mal ruhen lässt. Das bedeutet jetzt nicht, dass man in Urlaub geht, aber dass man einfach sagt, warum die Kuh weiter melken, den Schwamm weiter ausquetschen, ist doch gut gelaufen. Wir haben unsere Monatsziele, die Monatsziele haben wir uns anspruchsvoll gesetzt. Also das sind jetzt keine Monatsziele, die so Larifaris sind. Und wir haben die wirklich, als ich das Video aufgenommen habe, haben wir den 24. und wir haben die schon vor ein paar Tagen erreicht und heute habe ich das Teammeeting gehabt und habe gesagt, pass auf, bis zum 30., da haben wir unseren nächsten Teamtag, will ich jetzt keine To-Dos mehr groß sehen. Also alles, was ihr jetzt machen wollt, ist freiwillig, wie ihr wollt, was ihr wollt und das muss man natürlich auch erstmal lernen, dieses Loslassen. Aber das ist auch so ein Dankeschön. Also ich will nicht in den Flow kommen, immer mehr und noch mehr zu verdienen. Wir haben diesen Monat 17 neue Teilnehmer für die Academy am 24. Ich habe noch zwei Calls, die noch rein wollen. Also es wären 19 Teilnehmer für die Academy diesen Monat. Ziel deutlich übertroffen. Wir haben ja auch noch dein eigenes Business, einen Launch gehabt, der super gelaufen ist. Dann noch so extra Bonus. Ey, und das sage ich ganz einfach, komm, jetzt kann man auch mal eine Woche genießen. Jetzt kann man auch mal sagen, kreativ tätig sein oder wie auch immer. Und das machen wir jetzt. Also mein Team, ich nicht. Ich war ja gerade ein paar Tage wandern. Nein, ich gehe jetzt erstmal nach Österreich und das habe ich auch gestern gesagt, es ist super einfach getaktet. Also ich habe am Samstag, ich glaube das Video geht am Samstag sogar online, einen Vortrag von einer Stunde, irgendwie 16 Uhr. Und hätte ja morgens hinfliegen können und abends wieder zurück. So, ich bin am Freitag hingeflogen, fliege Sonntagmorgens zurück, um es wirklich chill. Okay? Und auch die kommende Woche, die ersten Tage werde ich ganz entspannt angehen. Ja. Und das ist auch wichtig, finde ich, dass man das nicht alles ausreizt, dass man nicht in diesen Flow kommt, immer mehr verdienen zu müssen. Oh, es rennt. Weil dann gibt es ja nie einen Stopp. Dann gibt es ja nie mal ein Genießen. So. Und das finde ich dann auch schade. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Denn für viele ist es ja auch wirklich so, die lieben dieses Hustlen und dieses Grinden. Die mögen das und dann ist es ja auch alles cool. Aber ich spiele halt auch mal gerne drei, vier Stunden Playstation. Ich lese auch mal gerne ein paar Stunden Bücher. Das ist ja auch Arbeit, also nicht das Playstation spielen. Ähm, ja, dieses auch mal nichts tun müssen. Können, aber nicht müssen. Das ist geil. So. Also, mein Tipp, setzt euch immer Monatsziele. Und wenn ihr die auch dann, wenn ihr die nicht erreicht, müsst ihr halt auch am Ende des Monats vielleicht auch mal mehr Gas geben. So. Aber wenn ihr sie erreicht habt, vielleicht drei Tage vorher, dann gönnt euch auch mal. Ne, dann seid auch mal stolz. Dann geht ihr in die Sauna oder chillt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man auch lernen. Gerade so als Selbstständiger schafft man das auch nicht immer, weil man da ein schlechtes Gewissen hat. Ist auch nicht so geil. Also, jetzt wisst ihr, wie ich ticke. In den nächsten Tagen gibt es dann ein paar Einblicke von meinem Trip nach Österreich. Speaking, Einblicke hinter die Kulissen. Wir haben noch ein Meet & Greet mit Academy-Teilnehmern. Da nehme ich euch bestimmt ein bisschen was mit. Also, Freunde, morgen wieder reinschauen. Wir sehen uns.